Guten Morgen liebe Traderinnen und Trader und willkommen zum Freitagsblick in die Märkte mit dem Cable aus 3 Dollar, US-Dollar und dem britischen Fund japanischen Yen. Das die drei Ideen hier am heutigen Morgen und dazu am Freitag wie jede Woche der Blick auch auf die Nachrichten der kommenden Woche, der Rückblick auf die wichtigsten Ergebnisse in den Nachrichten der aktuellen Woche und selbstverständlich der Check der großen Indizes. Also dranbleiben und gemeinsam in die Charts schauen und vielleicht auch die ein oder andere gute Idee hier mitnehmen. Die Woche war ja auch wieder eine Woche, wo man das ein oder andere Tradeline gut und gerne mit nach Hause nehmen konnte. Guten Morgen Elena, bevor wir in das Webinar hinein starten, wie immer der Risikohinweis an dieser Stelle, den bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Gehen wir dann gleich rein, ohne viel Zeit hier zu verlieren in die Nachrichten für heute. Wir sehen es bei den höchsten Relevanzen. Gibt es heute ein bisschen was? Um 10.30 Uhr blicken wir in Großbritannien auf den Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungen um 11 Uhr. Dann hier in der EU die Verbraucherpreise. Heißt also, wie wird sich hier das Ganze auf die Inflation auswirken? Das ist ja so ein bisschen, wenn man so sagen will, das Sorgenkind der EZB, dass einfach kein richtiger Inflationsdruck aufkommen mag. Ich habe diese Woche irgendwo gelesen, in Deutschland sind wir wohl mittlerweile wieder in der Region 2% angekommen. Aber in der EU schaut es halt noch etwas anders aus. Dann am Nachmittag bekommen wir heute, das hatte ich ja auch gesagt am Anfang der Woche, eine wichtige Information zum Arbeitsmarkt, die Non-Farm-Payrolls. Das Ganze hier um 14.30 Uhr in diesem Zusammenhang auch gleich wieder die Arbeitslosenquote genannt. Und dann gibt es um 16 Uhr aus den USA noch den ISM-Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungen. Und das also die wichtigsten Events hier im Euro-Raum, im US-Dollar-Raum und in Großbritannien. Es gibt heute noch ein bisschen was ringsherum, wo man die ein oder andere möglicherweise Auswirkungen auf den Markt erwarten kann. Hier beispielsweise die Rede von Bundesbankpräsident Weidmann oder aber auch am Nachmittag hier die privaten Beschäftigungen außerhalb der Landwirtschaft. Also all das ringsherum noch um das Arbeitsthema in den USA. Dann haben wir heute am späten Nachmittag hier bei uns in Deutschland, also 17.30 Uhr, eine Rede von einem FOMC-Mitglied. Und natürlich bekommen wir am Freitag wieder den COT-Report. Wer das mag, unbedingt auch reinschauen. Da kann der ein oder andere sicherlich auch etwas mit diesen Daten anfangen. Das Ganze heute Abend um 21.30 Uhr. Also hier der Blick auf Seiten der Nachrichten in den aktuellen Handelstag hinein. Und dann gehen wir gleich auch in die Charts. Und bei den Charts, wer mag, gerne auch den ein oder anderen Blick mit reinwerfen und die eigene Chart-Historie mal zeigen lassen. Das heißt, wenn ein Wunschmarkt da ist, gerne auch direkt hier in die Charts auf Facebook oder GoToWebinar direkt mit hinein posten. Zu den Handelsideen für den heutigen Tag starten wir doch einfach mal mit dem Chart vom britischen Fund japanischen Yen. Hier mit Blick in den Tag hinein. Wir sehen es hier an dieser Stelle in der entsprechenden Verortung. Der Markt will hier die Korrektur scheinbar so ein bisschen beenden. Warum Korrektur? Hier haben wir den letzten Abwärtslauf da. Wir hatten wieder den Support gefunden hier um die Marke von 1.43.7, 1.43.8. Hier dieser Bereich, wo man sehr, sehr schön sehen kann. Hier hat der Markt häufig aufgesetzt und ist wieder nach oben gedreht. Das ist auch wieder hier passiert. Jetzt kommt es darauf an, was macht der Markt in Zukunft. Was gab es gestern? Wir sehen es hier an dieser Kerze. Ich darf das mal etwas größer zoomen. Und diese Kerze hier ist eine sehr, sehr schöne Abverkaufskerze gewesen. Das heißt, auf dieser Seite eher ein Short-Umkehrsignal. Ralf, einen schönen guten Morgen. Und dieses Umkehrsignal, wenn es seine Bestätigung findet, könnte hier an dieser Stelle die Dynamik nach unten mitgeben. Und dieses Umkehrsignal hier ist nicht nur eine sogenannte Gravestone-Candle, sondern auch noch eine Umhüllungskerze. Das heißt, wenn man mal so in die Entstehung dieser Situation hineingeht, was gab es hier? Wir haben nochmal schön den Hochlauf gesehen auf ein neues Top und danach komplett den Abverkauf wieder unter das Tief der Vortageskerze. Also wir sind im Hoch auf ein neues Top der Bewegung gelaufen und im Tief haben wir den Trend, den Aufwärtstrend kaputt gemacht. Geschlossen hat das Ganze dann nahezu unverändert. Das heißt hier, das ist quasi eine Art Doppelzeichen für die Abwärtsbewegung. Wenn sie kommt, dann mit Dynamik nach unten. Nächste Anlaufpunkte nach unten hin. Wir sehen es hier, wir gucken auch gleich mal in den Stundenchart hinein, sind die Bereiche 1,44,700 und 1,4405. Und dann selbstredend natürlich hier unten dieser große Support-Bereich, den wir hier an dieser Stelle haben. Und nach oben hin geht es natürlich auch ein Stück weit weiter, weil wenn sich der Markt entscheidet, doch wieder hoch zu drehen und nicht nach unten zu gehen, sprich das dann selbstredend für die Ausdehnung der laufenden Korrektur. Anlaufbereiche hier, da sehen es an den Hochs dieser Kerzen hier liegen. Das sind auch Schwungbereiche aus dem Abwärtstrend hier, den man auf der Stunde sehen kann, um die Marken von 1,46, 1 zu 1, beziehungsweise hier die 1,46, 300. Das also mit Blick nach oben. Und ich habe die Stunde erwähnt. Das Ganze wie immer nicht ohne Grund. Wir sehen hier schon jetzt in der Stunde, hier gab es den Bruch der Stunde. Das ist das, was ich avisiert hatte. Hier haben wir jetzt aktuell das Halten auf hohem Niveau. Und das, was wir hier sehen, ist etwas, das habe ich an dieser Stelle in den Webinaren auch schon das ein oder andere Mal erzählt. Wir haben hier an dieser Stelle einen flachen Kanal laufend. Das heißt hier das Ganze in der Regel seitwärts laufendes aufhalten. Und wenn wir hier den Bruch nach unten bekommen, da kann man hier die flache Overnight Range traden. Oder aber auch sagen, gut, wenn es weiter nach unten geht, wäre das dann hier erst einmal ein Zeichen, dass der Markt runter will. Untergeordnet bildet sich dann hier in dieser Stelle, wenn es nach unten läuft, ein Abwärtstrend. Und das wäre dann hier im mittelfristigen Bild des Tages die Bestätigung des Signals von gestern. Und dann sehen wir hier an dieser Stelle hier, der Trend ist gebrochen. Die Aufwärtsdynamik ist weg. Die nächsten Anlaufpunkte auf der Unterseite laufen. Hier war ein Ausbruchlevel, das wird gut und gerne angelaufen, kann an dieser Stelle also auch für Support dienen. Oder aber auch die ganze Bewegung dann nach unten nochmal unterstützen. Und mit Blick tiefer runter hier selbstredend ein Unterstützungsniveau aus dem alten Aufwärtstrend, den wir hier hatten, um die 144,05. Und dann selbstverständlich hier der Bounce-Bereich, wo wir bis jetzt immer angestoßen sind. Das Ganze hier also für das kurzfristige Trading gut. Und gerne interessant, aber auch mittelfristig das Ganze zu sehen, weil wenn es wirklich schön nach unten geht, könnte es hier dann irgendwann zum Bruch dieser Marke kommen. Und wenn wir das dann sehen, dann ist der Markt noch deutlich weiter nach unten offen. Wird nicht heute passieren, vermute ich mal. Aber ich weiß, hier schauen ja unterschiedliche Traderinnen und Trader zu mit verschiedenen Zeithorizonten. Aus diesem Grund kann man hier schön was machen. Und wir kommen hier halt aus einer schönen, tiefen Korrektur. Und das öffnet natürlich gute Chancen. Bei den Chancen machen wir weiter mit dem Blick in den Chart vom Austral-Dollar, US-Dollar. Hier stehen wir schon da, wo wir gerade beim, was ist was gewesen, beim japanischen Yenny, genau, britischen Fund japanischen Yenny, wo wir da rauf geschaut haben. Da kamen wir von oben und laufen erst noch runter, wenn es bestätigt wird. Hier sind wir schon unten. Heißt also hier, mit Blick in diesen Chart stehen wir aktuell direkt hier unten am aktuellen Trend-Tief. Und da kommt es jetzt wirklich drauf an, wie geht es weiter. Wenn wir mal schauen, der Markt ist ein Stück weit zurückgelaufen, aber nicht wahnsinnig weit. Das heißt, wir sind hier in diesem Support-Level um die Marke von 0,76 stehen geblieben. Heißt also, es könnte durchaus noch einiges mehr an Dynamik kommen. Und das wird der Markt jetzt hier an dieser Stelle auch mit entscheiden. Heißt also, kommt es zu einem Rebound, wird es erstmal interessant, was am Tageshoch von gestern geschieht. Also hier die 0,70,293, möglicherweise auch nach Ausweitung der Gegenbewegung. Wir sehen hier oben das Tageshoch noch liegen um die 0,70,610, beziehungsweise das Top hier oben bei 0,70,688. Das, wenn der kleine Rückpraller kommen sollte, das Nummer 1. Aber wir sehen es hier unten auch schon, das Tagestief von heute ist schon leicht unter das Swing-Low, beziehungsweise hier das Low des Bewegungsarms im Abwärtstrend gelaufen. Wird das Ganze bestätigt. Das wäre dann das Signal, dass hier sich dieser Trend dann entsprechend auch nach unten fortsetzt. Das heißt, dass weiter nach unten läuft und wir hier tiefere Kurse sehen. Und an dieser Stelle kommt es halt darauf an, wie die Händler sich auch am Markt verhalten. Warum? Wir haben hier drinnen nichts, wo wir irgendeinen Anhaltspunkt finden können. Das heißt, wenn wir hier wirklich Momentum reinbekommen, dann könnte es doch relativ fix gehen, dass der Markt nach unten läuft. Der Spike war ja hier da. Das ist also hier eine interessante Geschichte, wo wir gerade sind. Und wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde auch anschauen, dann ist der Markt hier noch relativ zögerlich in diesem Bereich. Und hier macht es dann halt wirklich Sinn zu schauen, was passiert denn jetzt in den kleineren Zeiteinheiten. Mit kurzfristigem Blick ist es wirklich interessant, was passiert hier oben. Und da sind wir ja jetzt, wir sehen es im Stundenchart, herangelaufen. Und es kann gut und gerne passieren, wenn der Bounce von unten nach oben wirklich kommen sollte, dann sprengen wir mit guter Wahrscheinlichkeit einfach hier über dieses Level drüber. Und das sieht man dann natürlich sehr, sehr schön, wenn wir uns das beispielsweise mal in der kleineren Zeiteinheit hier anschauen, in den 5 Minuten. Dann sehen wir, dass es hier die Dynamik nach oben gibt und wir dann nach hoch laufen. Also das wird sich hier entscheiden. Und wenn wir hier tatsächlich eine Umkehr bekommen, dann sehen wir es am ehesten in den kleinsten Zeiteinheiten, wie sich hier die Trends bilden und das Ganze schön nach oben mitnehmen kann oder mitgenommen werden kann. Ansonsten, wie schon gesagt, wir haben hier den Arm nach unten laufen. Die Schwäche kommt mittlerweile auch wieder rein. Der Bruch nach unten. Wir haben hier das Tief. Und wenn wir da drunter laufen, ist das dann entsprechend das Zeichen, dass wir deutlich tiefere Kurse sehen können. Warum? Das haben wir gerade gesehen. Das Potenzial nach unten ist definitiv da. Und wenn wir uns das Ganze hier an dieser Stelle mal noch in einem kleineren Zeitraum, in einem kleineren Einstellung mal anschauen, dass wir mehr sehen. Wir sehen halt, langfristig läuft der Markt hier nach unten. Wir haben hier einen sehr, sehr schönen tiefen Schub gesehen. Das, was wir hier jetzt gesehen haben, war die Korrektur und die läuft mittlerweile wieder abwärtsgerichtet. Das heißt, wird diese große Richtung wieder aufgenommen. Das sieht man auch im Wochenchart. Wenn das Ganze hier, das Bild sich weiter nach unten an dieser Stelle fortsetzt, dann haben wir hier die Chancen auf deutlich tiefere Kurse. Das muss man mal so sehen, um das Potenzial an dieser Stelle entsprechend auch mit abgreifen zu können. Also hier das Ganze im Währungspaar Austral-Dollar, US-Dollar. Und damit blicken wir dann noch auf das Cable. Heißt britisches Pfund, US-Dollar. Auch sehr, sehr, sehr interessant, was hier passiert im großen Bereich. Wir sehen hier den laufenden Abwärtstrend. Wir hatten ja vor kurzem noch über dieses Währungspaar gesprochen, als wir uns noch hier in diesem Bereich befunden hatten. Ich zeichne mal ganz kurz hier einen Bereich ein. Hier diesen Bereich meine ich. Da haben wir darüber gesprochen. Da war der Trend hier noch in Ordnung. Dieser große, große Aufwärtstrend. Da war nach alles sauber. Wir hatten tief korrigiert und da hatten wir ja drüber gesprochen. Entweder es gibt einen Rebound oder einen Bruch. Und hier kam dann selbstverständlich, wir sehen es auch, da kam der Bruch, der auch schön Dynamik nach unten gebracht hat. Also was ist passiert? Das, was sich hier untergeordnet als Trend gebildet hatte bis hier unten hin, hat dann die Federführung übernommen. Diesen Aufwärtstrend gebrochen. Das heißt, jetzt haben wir hier auch einen sehr validen, abwärtsgerichteten Markt. Wir sehen es, er ist jetzt in die Korrektur hineingelaufen. Und interessanterweise, und das ist das, worauf ich an diesen Stellen auch immer gerne hinweise, es gibt im Markt immer wieder Staubereiche, wo wir sehen, da sind mal Händler mit gewissen Handlungsweisen aktiv geworden. Und diese Händler sind halt da. Die darf man nicht ignorieren. Und wenn hier oben der Kaufdruck oder Verkaufdruck stark oder sich einer starken Veränderung unterlegen hat, dann ist das halt ein Bereich, der hat eine Marktbeachtung. Und diese Marktbeachtung müssen wir immer auf der Uhr haben. Das heißt, das ist nun mal ein Widerstand. Und ein Widerstand in einem abwärtsgerichteten Markt sorgt nicht selten dafür, dass die Kurse wieder in Richtung des übergeordneten Trends laufen. So geschehen auch hier am, wann war es gewesen? Vor zwei Tagen. Also am Mittwoch haben wir diese Kerze bekommen. Wir sind oben reingespiked und dann direkt nach unten geschoben. Da war auch die Sitzung der FED in den USA. Da gab es die dynamische Abwärtsbewegung. Und was wir hier an dieser Stelle dann sehen, ist hier die Folgekerze von gestern. Wir konnten uns noch nicht richtig nach unten absetzen. Das sehen wir hier. Aber die Schwäche setzt sich fort. Wir sehen es. Wir stehen heute schon wieder tiefer als gestern. Das heißt, der Markt schleicht so ein bisschen runter. Aber das ist jetzt nichts Schlimmes. Die Dynamik ist trotzdem da. Und wenn wir das Ganze nach unten in die Fortsetzung reinsehen, was sind dann Anlaufpunkte nach unten hin? Hier selbstverständlich ein paar Schwungbereiche aus dem Stundentrend. Hier die Marke von 1,29,450 bzw. hier unten dann die 1,29,05. Bevor wir hier dann das Trendtief bei 1,28,656 im Chart auch sehen. Und hier das Ganze selbstverständlich auch noch mit Blick in den Stundenchart. Weil das ist das Interessante. Und das ist das, was ich meine, was ich gesagt habe. Wir haben hier jetzt mittlerweile laufend einen Abwärtstrend. Das zeigt uns, der Markt trendet nach unten. The trend is your friend. Immer im Kopf behalten. Und diese Bewegung hier, diesen Schub, den wir gesehen haben, der ist halt hier unten drunter rausgelaufen. Das heißt, wir sind hier unter dieses Tief gelaufen und haben damit diesen Aufwärtstrend gebrochen. Und wenn sich das Ganze jetzt fortsetzt, da haben wir dann die Bestätigung nach unten. Und das ist dann die Chance, nach unten reinzulaufen. Das ist auch das, was wir jetzt hier an dieser Stelle möglicherweise gleich auch live im Webinar mit sehen, wenn der Markt hier drunter bricht. Und dann werden wir sehen, wo es reinläuft. Das wäre dann die Bestätigung. Eine gute Chance. Und solche Sachen sind übrigens auch der Grund, weshalb ich diese Webinare immer morgens um diese Zeit mache. Jetzt kommen die Händler rein. Jetzt macht es Sinn, die Setups zu besprechen, weil jetzt könnten die Bewegungen initiiert werden. Und deswegen muss man als Händler zu diesen Zeiten auch wirklich am Markt sein und auch aktiv das Ganze handeln können. Sonst macht das relativ wenig Sinn. Also das hier zum britischen Fund US-Dollar. Und damit gehen wir weiter in der Agenda hier für heute. Das heißt, wir machen jetzt einen Blick auf das, was die Nachrichten diese Woche bewegt haben und schauen dann die großen Indizes mit an. Also der Blick auf diese Woche. Wir haben es hier am Dienstag gesehen aus China. Wir haben Informationen zum Einkaufsmanager-Index bekommen. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Die waren, egal ob das jetzt der Einkaufsmanager-Index hier oben gewesen ist oder der von der HSBC, spielt an dieser Stelle keine Rolle. Beide waren etwas schlechter als erwartet. Dann gab es hier sehr, sehr positive Nachrichten aus Deutschland. Die Veränderung der Arbeitslosigkeit hier. Der Rückgang war erwartet worden mit minus 6.000 Stellen. Wir haben aktuell einen Rückgang von 12.000. Also wir haben weiterhin einen sehr, sehr robusten Arbeitsmarkt. Und das spiegelt sich auch in Dingen wieder, wie zum Beispiel dem Verbrauchervertrauen. Das sind positive Nachrichten. Die Leute in Deutschland haben Geld in der Tasche. Und dieses Geld wird auch ausgegeben. Es wird konsumiert. Das heißt, hier ist der Privatbürger ein sehr, sehr wichtiges Fundament für die deutsche Wirtschaft. Und das ist positiv an dieser Stelle auch zu sehen. Ein ähnliches Bild haben wir in den USA. Wir haben auch hier in den USA ein sehr, sehr robustes Bild am Arbeitsmarkt. Das sehen wir jetzt auch aktuell an diesen Daten. Und das spiegelt sich auch wieder im Verbrauchervertrauen weiter. Das heißt, wir haben ja am Dienstag auch aus den USA das Conference Board Verbrauchervertrauen bekommen. Hier war eine Prognose von 126 Zählern. Und hier auch deutlich besser das Ganze bei 129,2 Zählern. Am Dienstag gab es dann auch wieder positive Nachrichten vom US-Häusermarkt. Hier haben wir die schwebenden Hausverkäufe gesehen. Und die sind auch massiv größer ausgefallen als das, was erwartet worden ist. Hier, wir sehen es, die Prognose war bei 1,1. Aktuell haben wir hier die schwebenden Hausverkäufe, also die noch nicht fertig abgeschlossenen Verträge, bei 3,8 Prozent im Zuwachs. Sehr, sehr positive Meldung, die wir hier am Dienstag auch bekommen haben. Am Mittwoch, da gab es dann Informationen aus Großbritannien zum Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Der ist ein kleines bisschen schlechter ausgefallen als erwartet. Das Ganze war hier allerdings nicht so tragisch. Und dann am Nachmittag hier der Beschäftigungsreport, das heißt die ADP-Beschäftigungsänderungen. Es war eine Prognose von 181. Tatsächlich hatten wir hier einen Zuwachs auf 275.000. Das ist doch ein klasse Ergebnis. Das ist sehr, sehr schön. Ein sehr, sehr robuster Arbeitsmarkt, wie ich das gerade auch gesagt hatte. Und das strahlt dann halt auf andere Bereiche auch mit ab. Das ist also wichtig hier an dieser Stelle zu lesen. Wir hatten dann noch den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Der ist in den USA ein bisschen schlechter ausgefallen. Dann gab es die Rohöl-Lagerbestände. Das hat dann natürlich wieder das Ergebnis für die Öltrader etwas verändert. Der Ölpreis ist hier deutlich unter die Räder gekommen. Warum? Hier, wir sehen es selbst. Wir hatten einen massiven Zuwachs an Lagerbeständen. Die Prognose war hier weit, weit drunter. Das hat also negativen Impact auf den Ölpreis. Und dann gab es am Mittwoch noch den Zinsentscheid der Federal Reserve. Da sehen wir, da ist alles erwartungsgemäß geblieben. Es gab hier keine Anhebung dieser Prognose. Aber Bewegung kam dann trotzdem rein mit der Pressekonferenz von Herrn Paul. Da schauen wir aber im zweiten Teil der heutigen Besprechung auch noch einmal rein, was da an wichtigen Worten gesagt worden ist. Und dann hatten wir gestern in Deutschland den Einkaufsmanagerindex. Ja, der war kaum verändert. Es war ja so gewesen, dass die Prognose auch auf Vormonatsnavour gewesen ist. Wir haben hier aktuell eine ganz, ganz leichte Abweichung nach unten. Ich denke, das wird hier nicht so tragisch sein. Wir haben es ja auch gesehen. Der DAX hier, der hat sich gestern davon keinesfalls ins Boxhorn jagen lassen. Der Blick in den Einkaufsmanagerindex in Großbritannien, der war auch ein bisschen positiv. Das heißt, wobei positiv. Es ist etwas besser gewesen als erwartet. Aber sag mal, 50,5 waren es gewesen. Es ist eine positive Zahl. 50,4 waren in der Erwartung. Also in hier den Großbritannien. Ja, da ist es alles auch im grünen Bereich. Wir haben dann auch noch den Inflationsbericht der Bank of England bekommen und den Zinsentscheid. Wir sehen es auch hier. Die Zinsen sind entsprechend gleich geblieben. Und damit blicken wir, wo wir bei den Terminen sind. Gleich auch noch auf wichtige Termine für die nächste Woche. Montag haben wir Feiertag in Großbritannien. Am Dienstag gibt es aus den USA die öffentlichen Stellenangebote. Am Mittwoch bekommen wir hier in der EU die Veröffentlichung des Berichts des geldpolitischen Treffens seitens der EZB. Und wie jede Woche auch die Rohöl-Lagerbestände aus den USA. Am Donnerstag geht es weiter mit dem Erzeugerpreisindex aus den USA. Und dann am Freitag einiges an Nachrichten rund ums Bruttoinlandprodukt seitens Großbritannien und in den USA die Verbraucherpreise. Das also die wichtigsten Nachrichten für die nächste Woche. Wir machen natürlich hier jeden Morgen auch immer wieder den Blick in die laufenden Tagesnachrichten mit den wichtigsten Informationen für die Planung unserer Trades. Das, was wir hier machen, ist aber auch ein wichtiger Faktor, warum, wenn man genau weiß, wann welche Nachrichten bekommen, dann können wir auch schauen, bereitet sich denn der Markt auf diese Nachrichten vor. Und wenn noch einiges an Zeit da ist, kann man von dieser Marktvorbereitung, von der Einpreisung des Events möglicherweise auch profitieren. Deswegen hier auch immer der Vorausblick für die kommende Woche. Und damit gehen wir weiter in die Charts und besprechen einmal hier wie jede Woche Freitag auch die großen Indizes. Startend wie immer mit dem DAX. Mit dem DAX fangen wir an. Mit dem DAX können wir sagen, wir könnten das Gleiche, was wir vorige Woche hatten, auch diese Woche wieder sagen. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Also es gibt nichts wirklich Neues, aber es gab Preisfortschritt. Das ist doch das Schöne. Wir sehen es hier an dieser Stelle auch. Ich hatte es ja in einer Trading-Idee auch vorgestellt hier oben. Was war wichtig? Hier das Hoch und das Tief dieser Kerze. Es wurde vom Markt entschieden, eher mal die obere Richtung zu testen. Und dann hier in Richtung dieses Widerstandsbereichs hier oben, um die knapp 12.470, 12.500 Punkte Marke schon mal hinein zu schnuppern. Möglicherweise hilft ja auch so ein bisschen der etwas schwächer werdende Euro. Das könnte dem DAX natürlich hier unter die Arme greifen, weil einfach ein preiswerterer Euro günstiger ist für die Exportwirtschaft für Deutschland, weil unsere Waren im US-bezahlbaren Ausland günstiger werden. Und das ist natürlich ein Vorteil für den deutschen Export an dieser Stelle. Also hier im DAX das Bild von der letzten Woche weiterhin positiv geblieben. Was ich interessant finde an dieser Stelle ist, dass wir hier eine Seitwärtsphase bekommen. Das heißt, die korrektive Sache, die ich angesprochen hatte, wo wir sagen, der Markt steht hier in einer sehr, sehr weiten Bewegung. Wir sehen die Korrektur momentan nicht über die Tiefe laufen, sondern eher über die Seite. Das heißt, über die Zeitachse und nicht über die Preisachse. Und das ist interessant. Das heißt, der Markt hält hier oben noch inne. Und wenn sich das Ganze bullisch auflöst, dann haben wir wirklich auch gute Karten, weiter hier nach oben zu laufen. Muss man mal schauen, was daraus wird. Aber wenn man es mal so im ganz groben Bild sehen möchte, wir haben einfach hier so knapp diese Range oben am Laufen vom Top oben ran und unten ran hier diese Seitwärtsbewegung. Also das ist das, was wir hier an dieser Stelle sehen. Und das ist das, die Korrektur über die Seitwärtsphase. Und wer meine Muster auch schon kennt, meine Handelsmuster, der weiß, das ist eher ein bullisches als ein bärisches Zeichen, was im Normalfall, wenn es keine negativen Meldungen gibt, nach oben hin aufgelöst wird und dann für Dynamik sorgen könnte. Mit Blick nach unten kann es natürlich immer auch in die Korrektur hineingehen. Das muss man an dieser Stelle einfach mal abwarten. Aber das große Bild hier weiter positiv auch aufgesetzt. Und hier sieht man auch mal wieder, dass man als Händler in verschiedenen Zeiteinheiten auch agieren kann. Das heißt, hier oben raus in den Kleinstzeiteinheiten immer mal so einen Schwung nach oben mitnehmen. Oder aber hier, wenn man so einen Boden hat in den Kleinstzeiteinheiten, kann man immer wieder auch mal versuchen, hier an so einem Boden ein Stück weit nach oben mitzunehmen in Haupttrendrichtung. Das lässt sich im Kleinen machen. Genauso wie im mittel- oder längerfristigen Bereich hier ist alles da, wenn man sich das Thema mit dem Trendhandel auch mal anschaut. Wenn man sieht, wo man herkommt nach unten. Klar, man lässt im Trendhandel immer so ein bisschen was liegen, aber nichtsdestotrotz, es geht nach oben und das ist ja wichtig, wenn man mal schaut. Hier gab es die ersten Initialen für den Aufwärtstrend hier unten mit Bruch dieses Levels an dieser Stelle um die Marke hier unten. Wo haben wir es gehabt? Knapp, ja, knapp 11.000 Punkte waren es gewesen. Da war der Bruch des Abwärtstrends da, dann kam es zur Aufwärtstrendbildung. Also wenn man mal sieht, wie viele Punkte hier schon auch gelaufen sind, dann sieht man auch, wie gut man das Ganze als Zwing- bzw. Trend-Trader immer wieder nutzen kann und das Ganze im eigenen Portfolio auch mit umsetzen kann und das Ganze laufen lassen kann. Einfach so einen Trend mal langfristig mit zu begleiten und dann kann man ja an den bestimmten exponierten Stellen, wenn es weit oben in die Überdehnung gelaufen ist, beispielsweise mal schauen, ob man möglicherweise einen Trade nach unten mag oder Teilgewinne mitnimmt und dann, wenn man in einen Normbereich wieder zurückgekehrt ist, dann die Position wieder aufsteht und hier auch als Trader wirklich sehr schön aktiv dabei bleibt. Also das ist mal wieder ein schönes Beispiel auch dafür, dass man wirklich in den verschiedensten Zeiteinheiten miteinander auch handeln kann und ich sage mal so, wer hier unten seine ersten Positionen eröffnet hat, kann sagen, ich bin jetzt weit über 1000 Punkte im Plus und da muss sich der Intrader-Händler auch fragen, der das immer kurzfristig versucht, bin ich denn genauso erfolgreich oder aber wäre es für mich erfolgreicher zu sagen, ich versuche mich doch eher mal in den Swings, um hier in den Swings aktiv zu arbeiten und das Ganze hier Stück für Stück aktiv zu betreiben. Das heißt, wenn wir aus den tiefen Korrekturen rauskommen, einfach den Swing-Arm nach oben mit zu traden und das Ganze dann als Gewinnbringendes nehmen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Der Chart auf alle Fälle macht eine Menge, Menge Spaß, egal ob im kurzfristigen Intraday-Bereich oder im Swing-Bereich oder sogar im Bereich des Trendhandels und wenn wir dann auch noch so einen super Broker haben wie Tickmill, wo die Konditionen wirklich sehr wettbewerbsfähig sind, da macht das Ganze noch umso mehr Spaß. Gut, gehen wir dann in den nächsten Markt hinein, wir blicken mal rüber in den S&P 500 und hier sehen wir etwas initiiert durch die Notenbank am Mittwoch hier, wir stehen weit in der Bewegung, das hatte ich in der letzten Woche auch gesagt und jetzt kam es dazu, ich ziehe das mal ganz kurz hoch, dass wir in die Korrektur hineingelaufen sind. Was ist hier passiert? Schaut euch das mal an. Wir haben hier den weiten, weiten Bewegungsarm, also der große Trend ist weiterhin auch grün. Wir haben es jetzt auch geschafft über das Allzeithoch drüber zu laufen, dazu muss ich den Chart mal kurz etwas kleiner zoomen. Hier, schaut es euch an, wir hatten hier das Allzeithoch bei 2941 Zählern und jetzt haben wir hier das neue Allzeithoch bei 2958 Zählern. Da klemme ich gleich mal noch ein Preisschild hier oben dran. So, klemme mal rein hier, was hatte ich gesagt? 2000, so, hier oben 2958, das lassen wir uns für die Zukunft gleich mal hier oben stehen, 2958 Zähler, so, zack, also neues Allzeithoch und an solchen Stellen passiert es nicht selten, dass mal ein bisschen was an Korrektur kommt und diejenigen, die das Ganze trendtechnisch gut beobachten, die werden sehen, der schlaue Fuchs sozusagen wird sehen, hoppala, was ist denn hier oben passiert? Wir haben hier den Aufwärtstrend der Bewegung, des Bewegungsarms und hier sind wir im Tief mal drunter gelaufen. Das heißt, dass dieser Trend erst einmal gebrochen ist, hat aber noch nicht viel mehr zu bedeuten. Was es sein kann, ist, entweder wir sehen die Bildung eines Abwärtstrends und kriegen etwas regressive Phase hier, möglicherweise hier drüben rein in den Bereich 2850 Punkte, hier wo dieser Ausbruchsbereich über dieses hochgekommen ist oder aber der Markt dreht direkt wieder hoch und nimmt Anlauf auf das Allzeithoch. Das wird sich zeigen im großen Bild, aber eine sehr charmante Sache, die wir hier haben, nämlich wir haben weiterhin schön nach oben laufen, die Bullen hier am Ruder, wie schon gesagt, eine Korrektur kann kommen, die wäre auch gesund, das wäre jetzt nichts Schlimmes, aber wir sehen es halt, die US-Wirtschaft brummt, die Unternehmen machen gute Gewinne, das sehen wir jetzt auch bei den Quartalszahlen, die wir immer wieder haben. Wir haben viele Unternehmen, die wirklich schöne Gewinne machen, wo man auch sieht, dass sich alles sehr, sehr positiv entwickelt. Also hier bleibt es sehr spannend, was passiert. Und möglicherweise bringt hier die Non-Farm-Payrolls heute um 14.30 Uhr noch ein bisschen was an Bewegung rein, aber die wichtigsten Sachen sind eigentlich diese Woche auch schon gesagt worden. Das heißt, wir haben hier weiterhin einen sehr, sehr robusten und starken Arbeitsmarkt und ich persönlich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Payrolls irgendwelche negativen Überraschungen bringen, aber man weiß ja nie, man kann ja hier an dieser Stelle auch immer wieder sagen, Sell Good News heißt also, wir kriegen gute Nachrichten und dann fängt erstmal etwas tiefere Korrektur an. Das muss man sehen. Hier das große Bild aber weiterhin deutlich positiv aufwärts gerichtet. Das gleiche sehen wir auch im Nasdaq. Der Nasdaq ist auch oben gekommen. Hier hat ein neues Allzeithoch geschrieben. Und im Vergleich zur letzten Woche stehen wir jetzt halt tiefer. Und hier, das ist immer so schön interessant zu sehen, da muss ich immer schmunzeln, man kann bestimmte Sachen einfach megamäßig gut planen. Schaut mal, hier oben, das ist der Bereich vom Allzeithoch. Wir sind drüber gelaufen mit Schmackes und haben dann die Korrektur angefangen. Und wo, an welcher Stelle haben wir hier die erste, sag ich mal, Halteposition bekommen? Genau im Ausbruchslevel. Und das sind doch Punkte, wo ich immer sage, Leute, wenn ihr kurzfristig traden wollt, legt euch an solchen Stellen auf die Lauer und schaut mal, was an dieser Stelle passiert. Und das war gestern auch der Fall. Wenn wir uns das mal in den 5 Minuten anschauen, deswegen müssen wir da in die Kleinzeitanheiten reinschauen, schaut euch das mal an hier unten. Wir haben hier den Abprall bekommen und dann die Trendbildung. Und seitdem läuft es nach oben. Das ist doch wunderbar. Wer das Ganze hier etwas kleiner anschauen will in der Stunde, da sieht man es halt noch nicht. Die Stunde ist an dieser Stelle weiterhin noch abwärts gerichtet, weil hier das letzte Trend hoch ist. Das heißt, wir müssen erst mal dort mit runter. Aber diejenigen von Ihnen, die im kurzfristigen Bereich traden, da muss man in diesen kleinen Zeitanheiten schauen. Wenn man sieht, der Markt läuft runter in so einen wichtigen Bereich. Das sind dann Dinge für die Marktvorbereitung. Dann heißt es halt zu sagen, okay, was passiert denn hier unten? Und dann ist der Markt halt schön nach oben mitgelaufen. Das ist doch eine interessante Sache, wie ich finde. Also hier im technologielastigen Index auch alles in Ordnung. Der Markt nimmt heute die Dynamik von gestern weiterhin mit nach oben. Mal schauen, ob wir jetzt hier die Korrektur gesehen haben und wir schon dann auf die nächsten Allzeithochs laufen. Ich halte sie hier an dieser Stelle auf alle Fälle auf dem Laufenden. Auch über diese Dinge. Also immer schön morgens mit reinschauen hier in die Videos. Das sind wirklich sehr, sehr interessante Sachen, wo man richtig gut im Portfolio davon profitieren kann, wenn man an diesen Stellen, wo Bewegung reinkommt, auch die eigenen Setups mit traden kann. So, und dann blicken wir wie jede Woche noch in das WTI. Und ich hatte es ja gesagt, dass wir im WTI, halt, das ist der falsche Chart, das WTI schauen wir uns immer hier an. Im WTI, ja, da haben wir momentan den Rock nach unten gesehen. Also wir sind hier oben im Hoch auf 66,48 gelaufen und jetzt kommt die Dynamik deutlich hier nach unten. Wir sehen es. Es hat sich mittlerweile ein Abwärtstrend gebildet und wir sehen anhand der Kerzenbilder momentan, der einfachere Weg, der einfachere Widerstand ist nach unten gerichtet. Andersrum, der Weg des einfachen Widerstands, jetzt habe ich es, der ist nach unten gerichtet. Wir sehen es sehr schön hier an dieser Stelle mit dem laufenden Abwärtstrend. Sind wir halt dahin, dass der Aufwärtstrend gebrochen wurde und wir hier jetzt erstmal etwas Abwärtsdynamik sehen, wie es weitergehen kann, muss man erstmal sehen. Wir sehen es ja hier gestern. Wir sind hier um die 61,68 hier unterstief drunter gelaufen und haben dann etwas Kaufstärke reinbekommen. Das heißt, was wir hier momentan sehen, ist die Gegenbewegung. Das sieht man auch schön im Stundentrend. Der ist weiterhin abwärts gerichtet, der Stundentrend. Also hier die Bewegung der laufenden Abwärtstynamik ist weiterhin noch da. Wir sehen jetzt hier die Korrektur des Ganzen und wenn das Ganze rumdreht, wäre das dann ein gutes Zeichen für einen abwärts gerichteten Markt. Interessante Werte sind dann hier, was man sich dann im Stundenschart auch gerne anschauen kann, wie weit kann so ein Rücklauf laufen. Und da sind dann hier, wie schon gesagt, die Marken am Korrekturtief hier, wo der Bruch kam und sich die Bewegung nach unten fortgesetzt hat, hier am Tagestief um die 62,18. Das wäre mal so ein erster Marker, was hier anzulaufen wäre, wenn die, sage ich mal, korrektive Phase sich weiter nach oben mit ausdehnt. Interessant wird es halt jetzt erst einmal, was passiert hier, wenn man sich die Stunde mal anschaut, in diesem Bereich hier oben. Da haben wir aktuell so leichten Deckel drauf hier an dieser Stelle und hier ist es halt, wir haben ja so ganz leichte Aufwärtsdynamik. Wir sehen es ja an der weißen Tageskerze und wenn wir hier tatsächlich drüber laufen, dann könnten wir durchaus hier etwas mit nach oben geben. Das heißt, nach diesem starken, massiven Abverkaufstag von gestern haben wir das normale Bild, dass wir möglicherweise eine Gegenbewegung sehen, hier, wie wir es hier drüben gesehen. Und da gab es auch einen sehr, sehr starken Abverkaufstag und danach gab es etwas Dynamik nach oben. Das ist der initiale Start hier. Das hatten wir hier drüben ganz genauso. Wir hatten hier ein Level an dieser Stelle, wo wir auch den, sage ich mal, Deckel so ein bisschen hier oben drauf hatten und danach ist der Markt drüber rausgegangen, hat also hier an dieser Stelle dann auch den Aufwärtstrend gemacht, hier oben rein und dann nach oben gelaufen. Und das sind die Dinge, die könnten wir jetzt hier auch wieder sehen. Also das heißt, Sie sehen, es sind immer wieder die gleichen Bilder, die wir hier am Markt sehen und das können wir zum Traden nutzen. Und wir sehen es, hier kam dann der Trend rein und der hat uns dann noch ein Stück weit nach oben geführt. Und das ist das Gleiche, was an dieser Stelle hier jetzt auch wieder passieren kann im Öl. Das also der Chart vom Öl. Und dann würde ich gerne noch einmal hier in das Silber reinschauen. Das hatten wir ja gestern auch als Handelsidee mit drinnen, wo ich gesagt habe, hier könnte es tiefer gehen und wir haben es gesehen, es ging dann tiefer. Der Markt lief schön runter. Der hat schon das erste Ziel erreicht gehabt, hier unten drunter zu laufen, hier unterm Tagestief bei 14,60. Jetzt ist es spannend, wie es weitergeht, ob wir jetzt hier in die, sage ich mal, korrektive Phase reinlaufen, weil dieser untergeordnete Abwärtstrend an dieser Stelle doch weit gelaufen ist. Dann ist es hier wieder interessant, was passiert hier am Level des alten Tiefs beziehungsweise hier im Bereich der 14,80. Kommen wir da rein, können wir nach oben hin etwas traden. Ansonsten, wenn die Schwäche wieder reinkommt, wie schon gesagt, die Marken nach unten sind hier weiterhin auch aktiv. Das also zu den heutigen Handelsideen, zu dem großen Blick über die Indizes. Ich schaue mal in die Chats, da sehe ich aktuell keine Fragen. Das heißt, an dieser Stelle mache ich jetzt hier, wie jede Woche mittlerweile, einen kurzen technischen Break. Ich bin gleich wieder für Sie da. Ich mache nur ein zweites Video hier für uns auf Facebook, dass die Teilnehmer den zweiten Teil auch separat mit anschauen können, wer das Ganze im Nachgang schaut, weil ich weiß, wir haben immer viele, viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Videos auch on demand schauen. An dieser Stelle also ein kurzer Break. Ich bin gleich wieder zurück. Bis dann. Ich bin gleich wieder zurück. Vielen Dank.